jetzt kommt die siebten Folge war auch mit weh mit Joko ja geil ist schon auf dem Server und direkt wieder durch ein Skelett hä ist doch entspannt wollen wir uns direkt hoch ähm ja wir wollten warte mal wir wollen uns das mal treffen weh eigentlich noch Level fahren wo bist du ne die kostete ah ich will mein Level an den Trippern ja oh Gott oh ich hab dich grad schon gesehen ich hab dich grad schon gesehen alles gut ist auch besser so ich möchte nicht die Kotz sagen scheiße ich muss mir ne neue Pickel machen was ist denn das oh Gott ey diese scheiß schnellstatter brauch ich nicht mehr bei uns brauche ich nicht äh wie viel äh ich sehe Nero äh weil er ist auch dabei wenn wir wollen netten scheiß Mikro äh ja ich hab kein oder es ist ja ich kann die heißen gehen ich war so mit der Kommandas und so wird es von Barriere Baunschweig erhältlich doch gut sind ich kann nicht mehr er wird gesagt nicht dass sie sagt wir machen kann es sein habe ich gerade Ruhm Prozent in Wunder sich die Kämpfe in der Befinde ich habe ein Ende der Folge letztes Mal neunhalb der Weg jeder Beziehung es ist jetzt wirklich mal nicht es über was du okay werden ist ich weiß alles die weischen kommst du mal aber es ist nicht so dass er es ihnen gesehen aber mein schäft rein kacke oh mein finger ist grob ja ich hab nur einen spickel und leute sind sie direkt neben ein Faust wir sind im Wald haben wir schon mal Äpfel ich musste meine Story erzählen heute im Englischunterricht so unsere Lehrerin dreht sich gerade so von von einem jungerster Klasse so um beugt sich dann so nach vorne weil sie so einer Schülerin was erklären will dann täuscht der Junge so an oh ich hab so ihr Arschwur anzugeben aber genau in dem Moment wo er angetäuscht hat geht die Lehrerin nach hinten und er gibt dir so wirklich nach das Handy kommt weeg das Handy kommt weeg oh mein Gott die sind voll viele Kühe und Tiere und was auch immer Junge die Menschen du kennst Tiere ich kenn dich das reicht du bist ein Hund Junge das zu sein sein Team-Mail zu sagen immer Hä? mh mh ich bin irgendwo auf einer freien Fläche kannst du dich da immer so Junge komm einfach das zum Fick nochmal zu diesem hier ist überall im Wald bei mir Junge ich komm dann einfach da hin so hinter dir du Kek ja hier sind ein paar Tiere Junge du kenn ich komm jetzt da hinten ich komm jetzt da hinten wieso hier da vorne ist auch Wald mit so einem Steinschmich für Mopskill und hier mh hey hier vorne bei mir ist doch Wald wo du grad warst Junge ich hab hier schon oh man ich hab keinen Bock hört mal raus aber wieso team ich überhaupt mit dir ja hab ich mich auch gefragt als du mit dem Team wolltest den du den du den größten Depp als Team-Mail Speck hat sich letztens gefragt warum mein Video mehr Aufrufe hat als Adi's obwohl ich nur 5 Abonnenten hab äh ja ne weil weil du besser bist als Adi und er was meinst du also du möchtest dich in PvP oder äh ne ne generell einfach nicht PvP natürlich da bist du immer noch scheiße das ist eigentlich auch der Toast ne weil wir so dumm sind wie Toast und es heißt wie Brot mein Penis ist so lang er schwimmt in Butter hehehe was Junge hehehe schau mal nochmal öffn mir nicht wir essen durchbraten ich hab noch äh das interessiert mich nicht das interessiert mich nicht das interessiert mich nicht Junge und ich hab noch gebraten ey Junge ey kann ich einmal meine Katze irgendeine scheiße bauen wenn wenn wir überhaupt überhaupt spielen ey Junge ey du musst bitte ey du brauchst wir müssen erst äh später dann wenn ich den meine Katze nach zu essen gegeben habe ne erst dann müssen wir das ist wirklich bitte nötig ne wie viele Öfen hast du äh äh 13 jawohl ein paar ah ja ich kann jetzt hier immer direkt kein ein Gap machen Applaus gewunsch wie viel Gold hast denn du ich hab fast ein Stack ab du hast jetzt ganz heute heute mit dem Rost genommen ähm sich also können wir neue Gäbzda oder acht Gäbzda beziehungsweise machen oder neun Junge wie gesagt wie sind es ist ja noch gold im Ofen so ähh Jochor 2 Steck Achso der Ah Achso der ja sowieso braucht man seit links alter ja in einem war sozusagen zu niedrig apfel der hatte dich mal fest so welches er sagen das ist so unwahrscheinlich dass man dafür hier bekommt so selten wie ich das war in matthews bekommen das ist wie du matthews vermisst alter bitte halt einfach dein maul du sprichst mich nicht immer die letzten folgen an ich finde so alles und ich und ich so junge das ist alles für mich gefahren ja junge du bist auch der der aufnimmt also bitte eigentlich hallo bitte was soll denn man bei mir bitte schön sehen wie ich ahnungslos meine ja deshalb deshalb nehme ich dich auf auch noch ein apfel und ein skelett auch noch ein apfel hängst du ah ja jetzt weiß ich es noch machen wollte so stimmt ja ich habe ja nicht ich habe auch keinen wohnen über die hälfte von einem gold die hälfte das ist die hälfte er wusste so ist sie wo ist denn der schweizbogen ja entsch und so ach satt ja interessiert mich nicht ich habe vier gaps zehn sekunden später spreche ich den entsch ah creeper ja ach nee nope seine mutter noch na ich myös hier ja was macht ein creeper meinem haus kaputt gemacht was machst du denn gegen 1000 mobs feiten nein ich bin schon für p2 außer mal chef spielt aber das wenn interessiert denn bitteschön chef ich kann einfach jetzt gerade der wir fahren wie sonst was weg und so haben sogar feier ein junger und zu anbrechen zwei däger das go jetzt krieg ich jetzt krieg ich die ich habe das mal viele pfeilers ich hab 23 5 jungen mein chef lohnt sich so dass es so viele skelette und so er gefühlt mehr noch weg als sonst was mit locket ich bin ja auch eher der von uns hier mehr mit bogen gespielt warum bogen jungen denn das fenstern immer so mit dem bogen was sollte ich noch mal in allen regie machen denn ja hast du es gesehen weil was sollte ich mir gerade ich will mich im g ne wo ist der überhaupt der keine karte kein bock so haben wir oh ein apfel halt dich mal fest halt mal fest na jetzt geht das richtig ab erst krank der gang ja junge hä schon krank boah krass ey schloss das scheiße wie viele gäbe hast du denn du rein wie viele weiter jetzt wirklich mal gute festhalten den so Act sag's mir doch vorher nein hast du nicht doch außer ich hatte noch geredet auch mensch manfred kein kommentar ja ja meine schuhe muss ich noch mit zwei jungen jungen weißt du weißt das weg jungfrau ist oder als sternzeichen oder wie äh ne generell der hatte noch nicht sein erstes mal okay wir sind das sagst du so hoch junge du weißt ja nicht was der so treibt und er doch vor dein zweck nach der Fall der Fall der Fall der Fall der Sitzschliede ein wirklich Köln Joko du bist du hast auch falsch denken ich weiß genau was du gerade denkst der Scheiße denkst du das wenn wir nicht in der Stimme hat das ist nicht weil du denkst in Scheißler was so war es naja oh ha oh ha das tut schon weh bei gold 1 2 3 es war es mit der folge